Denkst du über Rache nach? Wo ist Robert? Wo ist euer Ehemann? Ich weiß es nicht. Es zerreißt einem die Seele. Wo ist euer Bruder? Nein! Nicht! Sie kann aber auch eine Waffe sein. Ich laufe nicht mehr davon. Ich habe es satt, mich zu verstecken. Macht trifft Entscheidungen. Welchen Kurs ihr auch vorgebt. Ich wähle euch. Meinen Ehemann. Wir müssen Schottland einen. Robert DeBruce ist ein Geächteter. Jeder, der ihm oder einem aus seinen Reihen Schutz gewährt. Wird ohne Prozess hingerichtet. Das Volk lächzt geradezu nach Gerechtigkeit. Ich diene Robert DeBruce. Schließt euch uns an! Ich habe 50 Mann, um gegen die stärkste Armee der Welt zu kämpfen. Und so machen wir es. Wir holen uns das Land zurück. Castle für Castle. Ihr könntet für Gott kämpfen. Für das Land. Für die Familie. Es ist mir egal. Solange ihr kämpft! Sie sind eine Lusthafte Armee. Hier war's Joeποone. Skynungsfall. Maurice density. Vielen Dank.